An sich habe ich dadurch, dass meine Universität eine Potter-Universität vom Olympiastützpunkt ist, ein Riesenglück, dass die extrem auf mich eingehen. Ich habe eine Tutorin, die sehr viel für mich klärt. Das heißt, ich habe jetzt quasi nicht im Juli-August Prüfungsphase, sondern wir schieben das auf September-Oktober, wo ich dann halt wirklich auch Trainingzeit habe. Und so wird mir das überhaupt ermöglicht, dass ich vernünftig studieren kann, sonst wäre das ja gar nicht machbar. So ist das eigentlich geklärt, dass mein Studium nebenher vernünftig laufen kann. So ist das eigentlich geklärt.